Ich weiß nicht, ich war plötzlich so wütend auf diese, diese, die ist so anders. So, anders ist sie. Und das ist, meinst du, ein hinreichender Grund, du? Nein, meine ich nicht. Tilla, du machst es mir schwer, dir zu helfen. Ich weiß auch nicht, ich bin so. Aber du bist doch nicht allein auf der Welt. Da gibt es noch die anderen. Die sind anders, jeder ist anders. Man muss sich doch einfügen können in eine Gemeinschaft. Ich kann nicht. Du willst nicht, aber du kannst. Hast du mehr angestellt? Nein. Nichts? Wirklich nicht? Wirklich nichts. Na gut, sag zu Hause Bescheid, dass ich heute Abend um 18 Uhr vorbeikommen werde, ja? Können Sie nicht, ausnahmsweise. Mein Vater ist nämlich ziemlich streng, wissen Sie, und da... So, streng ist er. Bitte, bitte kommen Sie nicht zu meinem Vater, Herr Eckert. Ich könnte ja... Ja? Was könntest du? Ich könnte mich entschuldigen. Von meinem Taschengeld könnte ich bezahlen. Ich esse kein Eis mehr. Und Eisstoffe könnte ich wegbringen. Und Flaschen und sowas. Also, ich rede nicht mit deinem Vater. Ich erwarte allerdings, dass die Angelegenheit innerhalb einer Woche in Ordnung gemacht wird. Die ganze Angelegenheit, ja? Bestimmt, Herr Eckert. Na gut. Danke. Nie. Danke. Na gut. Ruhe! Ich hatte dich angestellt als Diener. Jetzt fürchte ich meinen Freunden vor. Trillern! Na los, das ist ein Befehl. Du bist ein Kanarienvogel und sollst trillern. Los, alle! Trillern! 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 Du bist ein blöder Vogel mit dem Puschel-Aufugel! Los, trillern! Du weißt trillern, du Kämpfe! Trillern! 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 Trillern!